Willkommen zurück. Ich will da nur diese fucking beiden Diamanten abbauen, was ist da so schwer? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch... Also ich will eigentlich schon gar nicht mehr aufnehmen. Ich möchte wenigstens noch zu eurer Insel kommen. Wenn ihr weiterspielen wollt, dann muss irgendwer von euch jetzt aufnehmen. Dann werden ja wieder Parts und eine gespammt. Der Nachteil. Ja eben, deswegen will ich ja auch aufhören. Nehme ich auch. Ich hab keinen Bock mehr. Witzknicker. Ihr sehn meine Sachen, die B. So, und wer hat mir jetzt bei Steam geschrieben? Thomas, Herzchen, hast du von vorne angefangen oder weitergemacht gestern noch? Ich hab gar nicht weitereditiert. Ihr wisst schon, dass ich grad aufnehme, oder? Ja, das ist mir egal. Oh, gut. Hallo. Hallo. Ich schicke ihm Link zum Video. Gut, gut. Ich muss auch sagen, das ist generell off-screen viel witziger als... Online. Irgendwie schon. Kann mir einer sagen, wo ich lang muss? Nein. Ich laufe mal eben vor die Tür. Ach doch, von deinem Strass aus, westlich. Äh, ich bin schon lange im Wasser. Ich bin scheiße. Irgendwie solltest du einfach nur recht nicht gehen. Wir versuchen so einfach komplett richtig zu sein, aber da schaffen wir nicht. Aber sobald wir aufhören, einfach nochmal labern. Dann sind wir viel witziger. Ja, und dann sind wir noch viel witziger. Ah ja, okay. Ich bin grad bei minus 752. Bei x. Ist das richtig? Also, äh, minus 1800, minus 1800 ist beides richtig. Bis 1600. Ja, kannst du aber auch 1800 nehmen. Also so hab ich das wiedergekommen. Es ist egal, also minus 1800 ist wichtig und dann halt minus 1800 ist beides. Du findest das dann auf jeden Fall. Das ist schon eine große Insel. 1800, 1800. Ja, ist leichter zu werden. Bei beiden jetzt. Ja. Oh Gott. Minus, ne? Ja, ja. Ich versuch grad irgendwie mit diesen... Dingen klar zu kommen. Okay, ich hab ne Baby. Gut. Eis. Oh, ich hab ne Lederhosen und Feuerschuss Eis. Die Musik wird irgendwie immer lauter. Lauter. Ich hab die eigentlich leiser eingestellt, jetzt ist sie total laut. Und ich hab auch keine Woche. Ahhhh. Warte, ich leg dir noch die, äh, 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 Bäder in die Kiste. Wen? Dem Damian. Ja. Ich bin auch grad für was, wenn ich hier aus der Hülle heraus renne. Darf ich mir ein Möhrchen klauen? Bist du da? Wir haben nur ein Möhrchen. Stammt. Was würde ich jetzt nämlich denn anpflanzen? Ich dachte, äh, Dennis? Warte. Möhrchen? Aber du könntest ein Möhrchen bekommen. Genau. Ich hab der Ami an ein Möhrchen gegeben. Das liegt... Aber du hattest doch so ne geheime Plantage von Möhrchen. Hm. Da wachsen immer noch alle. Ah, verdammt. Da hinten rennt er da, Dennis. Der Einzige, der bei mir grad einen Skin hat. Hallo. Ich will hier nicht irgendein Boot zu sein, das ist mir egal. Was? Ich will hier nicht irgendein Boot zu sein. Hier ist ein Boot. Ach, willst du haben? Ach, willst du haben? Kriegst du nicht? Okay, doch. Ich möchte ein Möhrchen. Bist du schon da? Nein. Ach, schon wieder ne Bitch. Ich muss gleich erstmal mit dem Fett Gravel Farmen gehen. Das musst du doch auch aufnehmen, wenn du Gravel Farmen gehst. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ganz oh oh. Ganz, ganz viel oh oh. Ganz, ganz viel oh oh. Oh nein. Ob ich dir vielleicht die Hose gehen soll? Nein. Ich hätte vielleicht einfach hier bleiben sollen. Weißt. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Schwer was ist. Das ist Vergiftung. Wenn du und Möchen haben möchtest bei mir in einem... Ah, das ist dein Haus. Dann suche ich einfach dein Haus. Okay. Dein Haus ist am... Bei der Öffnung am See. Am Ende. Branchenblau, grüne, gelbe, pinke Blätter... Ich kenne Textlos. Was? Liegen auf dem Weg. Warum? Blaue Blätter liegen auf dem Weg. Warum? Blaue Blätter liegen auf dem Weg. Oh nein. Aua. Ich bin Dau... Warum? Ich bin Dau... Nein. Jawohl, ja. Kim, Ja... Böh. Verzeihung. Jacob,cnosu... Das tut mir leid. Das sind Witsch, gut... Das ist ein Witsch. Ne, mache ich das schon ernst gemacht. Das ist so hart auf die Eier? Ahhh. Ahhh. Wie tread ich auch. Blitz. Hm? Echt? Willst du dich selber davon überzeugen? Naja. Wenn ich dich überzeuge, bin ich nicht. Sau dunkel auf meinem Bildschirm grad. Ja, aber um die Wahrheit zu sagen, musst du dich doch davon überzeugen. Wollen mich davon nicht zu überzeugen, ich weiß es. Ich bin ein Nächtig. Aber wenn's nicht so ist. Ist aber so. Benni, Benni! Wir haben nur mal so am Rande bemerkt, ich hab ja hier... dieses Indie-Paket für 99 Cent gekauft. Und diese Spiele, die sind so chillig. Ich hab die gestern ein paar Stunden lang gesuchtet. Mein Summle-Bumb-Bumb-Bumb-Bumb. Dennis, hast du was zu essen? Nein, nein, nein. Bei Steam gibt es ein Indie-Paket, das ich hier kaufen kann. Das sind einfach so Puzzle-Games. So wie man sie allerlei auch als Browserspiele kennt. So low. Oh, noch was? Wie hat das denn gekostet? 990 Cent. Obwohl die einzelnen Spiele bis zu 5 Euro kosten. Wie werden die nicht los? Nein... 1100. Weg. Aber Dennis besitzt so eine eigene Hühncheninzucht, oder woher hast du so viel? Der ist so eben weggegangen, weil man ihn gerufen hat, das hab ich noch gehört. Aber läuft hier grad rum? Ich hab die alle vom Mephestland gehabt. Wieso? Ey, Damian! Ich hab grad voll das schwert mir gemacht. Was denn? Ja. 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 Was ich nicht machen wollte, hab ich ja zum Glück schon geschafft. Das find ich gut. Ich glaub, bei mir ist noch ein bisschen Leder vom Fettland übrig. Ne, ich hab schon. Geht zurück. Immer der Mond entgegen. Weg! Als nächstes. Boah, meine Diastikserbe ist fast ein Schrott. Ich sag, komm mal raus. Ich glaub ich jetzt alle sind nicht nur wieder meinen Gähnen. Wormitt kann man Rüstung reparieren? Nicht den Himmels. Was brauche ich dazu? XP und das Material wird aus, dass das Ding gemacht wird. Oh, meine Spezialität ist die Operierung richtig. Ja, oder du packst die Rüstung zweimal da rein, was richtig dämlich wäre. Ja. Ja, aber dann bleibt halt keine Verzauberung drauf, wenn du einer drauf hast. So, und jetzt dürfte man rein theoretisch in der Level 30er Verzauberung kriegen. Ja, bekommt man. Ich glaube, ich bin am Ende der Karte. Und ich muss in den Untergrund noch leveln. Glaubst du? Ja. Das baut sich einfach gar nicht mehr auf. Ich werde da jetzt nicht hinschwimmen. Am besten so'n Sklet Spawner, damit geht das am schnellsten. Das bringt das am meisten. Oh Gott, nein. Doch, doch, ich glaube, da haben wir nicht recht. Ich weiß. Aber ich glaube vieles. Du blöde Hure. Du blöde Hure. Oh, jetzt könnte ich erstmal aufs Festland gehen und alle Schweine und wegrapen. Weil ich Alubant hätte. Warum willst du Schweine vergewaltigen, ey? Nur weil du nicht an Mädchen kommst, oder was? Ja. Oh. Bratzel. Oh. Das war jetzt. Das verleidigen. Thomas ist verleidigend. Ja, der spricht hier von Schweine-Rapen. What the fuck? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich will dir nicht sterben. Ja, Vergiftung, geh weg. Dankeschön. Mal gucken, wie viel ich... Ich bin halt so'n Tick ich brauche. Mit dem Fisch. Ah, ich will nicht sterben. Ah, ich will nicht sterben. Ah, gar nicht. Wollen sie für die Dinger. Nein, nicht schon wieder. Ich bin innerlich fast voll nachgeschrobt, ja. Oh ja, ich weiß. Nein. Nein. Warum nein? Ja. Achso. Ich bin bald gut. Ich bin magic. Was war das? Ohra, Alter. Fick dir jetzt. Pass auf, ich fick dir jetzt. Alter, was ist schief bei euch? Ich weiß es nicht. Das war's. Bei uns sind es... Bei uns sind es... Bei uns sind mehr Witches. Bei uns sind mehr Witches. Bei uns sind es... Hm, Rapper. Nein. Ich geh mich selber runter. Ich geh mich selber runter. Ich geh mich selber runter. Ich will mal schnell auf die Dinger gehen. Ah. 1.500 Minus auf den Lippen. Das geht für die Dinger. Dank dem habe ich jetzt schon... Warte, wie viele Stacks? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Was? Alles gut? Boah. Was denn? Ne, ich hab nur ein richtig schwieriges Level geschafft. Gut, gut. Verbinde 15 oder mehr. Oh Gott. Wird ja interessant. Und was? Wann spielst du da gerade? Es nennt sich... Wie nennt sich das? Chains nennt es sich. Das ist so ein Puzzle Game. Da geht es halt darum... Du kannst per Drag & Drop mit deiner Maus halt mehrere Kugeln der gleichen Farbe miteinander verbinden. Es müssen immer mindestens drei sein, um sie zerstören zu können. Und das ist halt immer so richtig durcheinander gerusel und mit Physik und das ist irgendwie total... Das ist entspannend. Hast du einen Diamanten? Ja. Da war kein Fleck. Ich möchte nicht gerne mal meine spittere Farine dann in die Hölle gehen. So, und dann gucken wir doch mal. Weckroll ist der Game. For flying. 20 Game. Äh, ja, ist überhaupt noch wer am Aufnehmen? Ja. Äh, ja. Okay. Achso, jetzt fallen die Corona noch an. Aber müsstet ihr nicht auch aufnehmen, wenn ihr irgendwas macht in eurer Stadt? Oh. Pssst. Wahnsinn ist die, gell? Eigentlich schon, ja. Gut, dann geh ich jetzt gleich raus. Ich hab keine Bock. Ich verjag alle. So, dann kann man mal versuchen alles Grüne zu... Bing, bing, bing. Da sind die Gelben noch. Okay, hier kommt wieder Sumpfbiom. Hallo, hallo, hallo. Das heißt, ich bin in der Nähe. Hallo, hallo, hallo. Dann bist du aber diesmal richtig. Das dauert noch ein bisschen. Mal gucken, wo ich diesmal rauskomme, wenn ich in die Hölle gehe. Wenn du am Strand rauskommst, bei uns bitte die Strandlöcher dazu machen. Sehr schön. Hm, da hat jemand das andere Loch nicht zugemacht oder rausgegangen ist. Was ist das mit dem Wasser? Nein, ich meine den Ausgang in den Steinen da. Irgendwann du baut hast, damit keine Mobs da durchkommen. Ach so. Da war also jemand richtig nett zu meinen Bauten. Oh, auf beiden Seiten, vorne und hinten. Das war ganz ruhig plötzlich. WTF? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Ich bin mir hier gerade und... Das ist mir doch nicht schade. Alter, ich bin nur die Gastgeber. Was ist mit mir? Ähm, wo bist du gerade? Im Wasser. Ne, äh, Kardinat. Ähm, minus 1555... ...60? ...und minus 1867... ...4555... ...4555... Ich komme näher. Oh, ist der Strand. Jaaaa! Da wirst du genau dahinten sein. Äh, warte dann, was am Strand ist. Ich will dich dran. Bin ich jetzt in der Mitte? Ne. Der war wohl jemand schon vor mir. Ich war schon sehr viel in der Hölle unterwegs und habe ins Meer gefahren. Da kam auch die Idee, Hackeln in der Hölle zu vielleicht gehen. Was bringt der? Aber ich seh immer noch keinen Penis, äh, Leuchtturm. Ja, warte. Der ist irgendwo am Rand, den wirst du wahrscheinlich sowieso nicht sehen. Der ist in der Nähe von meinem Haus. Ich glaub, ich seh da hinten was... ...was lebendig ist. Und ich... Oh, man. Es regnet. Bist du auch das Schaf, was im Wasser schwimmt? Nö. Oder was auf dem Pilz steht. Nö, ich seh gar keine Pilze. Ich seh nur ziemlich dicke Bäume. Hahaha. Aber du bist noch grad am Strand. Ich bin jetzt auf Land. Stopp. Oho. Der ist dann einfällig. Hast du denn das Schiff gesehen? Bester... Bester... Alter. Was? Wo? Hier sind Kühe und Hühner. Das sind die Fick-Zombie-Zaun. 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 Und hier ist irgendwas mit Redstone. Und ich glaub, ich bin bei eurer Farm. Ja, ich bin bei der Farm. Was? Wo ist Redstone? Bei der Farm. Wo wirst du denn? Wo wirst du denn? Oh! Oh! Oh, Essen! Möchtet ihr noch bei Kartoffeln? Da! Kartoffeln! Ja, die Kartoffeln! So. Wer hab ich aus meiner Ernte nicht rausgekriegt? Ich esse jetzt Hühnchen. So, Array. Jetzt musst du unbedingt deine Santa zu zwingen, unsere Parts anzugucken. Ja. Oh, noch mehr essen. So, weil du dabei bist. Jetzt muss ich noch irgendwie schnell ein Möhrchen erschnoren. Das dauert noch ein bisschen. Oder was? Warte, ich hab noch ein Möhr. Juhu! Oh, hier wird's auch noch ein Möhr, nice. Was passiert, wenn ich den Schalter betätige? Dann kommt da oben eine Wasserwelle und hier alles wieder überschreckt. Dann mach ich das nicht. Oder? Nein, das wäre nicht geschlafen. Ich hab dir keine Möhrchen. Dann hau ich dich. Okay. Der hat grad... Das war eine Kartoffel. Uh, Möhrchen! Möhrchen! Mach das mal lieber mit den Kartoffeln. Oh, in der Hölle kann man hier ein neues Gravel haben. Ja. Ach, da ist ein Möhrchen. Nice. Möhrchen! Guck mal Kartoffeln. Guck mal Kartoffeln. Darf ich mich umgucken? Ja, dann klar. Yay! Also, da... Guck mal Kartoffeln, hallo! Aber warte... Ich hab euch schon alle Kartoffeln gegeben. Möhrchen! Ja, glaubst du mal stehen! Jo! Ich! So was hier! Boot! Was?! Oh je! Ich raste gleich irgendwo rein! Und der Baum wächst auch auf normaler Erde! Ja! Ja! Guck mal Kartoffeln! Guck mal Kartoffeln! Ach, Kartoffeln! Ja! Ja! Ah! Da, 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 da! Ich wollte grad die Möhrchen essen! Ja, hier muss ich sofort loswerden! Äh, äh! So! Was machst du denn hier? Nein! Boot! Boot! Boot hat mich weggelassen, äh, hat dich... Tschüss! Tschüss! Danke! Ja, bock mir! Da müssen wir auch, weil wir keine Aufnahmen richtig haben. Ja, genau! Kann der Erl in der Zeit trotzdem noch bei uns rumgucken? Ja! Gleich ist alles weg! Oh fuck! Mikrofon muted. Die Lache war dreckig. Ja! Das war eine Hustenlache. Die sind immer dreckig. Dann geht's aber ganz schnell in Kriegs und alles wird gut. Hast du es eigentlich inzwischen hinbekommen, mal dein Mikro in Aufnahmen etwas leiser zu stellen? Ja! Die Änderungen sind lauter geworden als ich. Ja, ja! Oh! Das ist super! Ich hab da... Das ist super! Ich hab Pläne mit... ...diesem Stein nicht abreißen. Okay, ich reiß alles ab! Nein! Keine Angst! Kichiii! Komm her, Spinne! Gut. Ich hab Angst, dass ich die Möcheln essen! Ich hab also die Rädel ein Spinne genannt, das müssen wir. Kichiii! Kichiii! Ne, ich spiele grad jetzt auf Minecraft, aber nicht auf dem... Kichiii! 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 Spinnen, ich spiele! Hehe.. Hehe.. He.. 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 Das kam grad wirklich so nach Timon so. Ich weiß. Was bringt manchmal Krimi? Von Skywalker 2004. Ich bin Skywalker. Luke. Nein, ich bin Anakin. Oh, eine Kuh in Bäumen blättern. Ich muss sie... Oh, ich hab sie geholt. Ich ziehe die ganze Star Wars-Community anwesend. Star Wars hat doch keine Community. Star Wars hat keine Community? Nein, kommst du nur darauf, dass sie keine Community haben. Star Wars hat ein Baby, ja. Star Wars hat ein Baby. Was verstehe ich da? Ja. Da ist ein Teppich hier. Was war das? Was war das? Was denn? Ja, man hat das gehört. Ja, das ist der Anfang von der... Das Anfang von die Aufnahme. Nein, das ist der Anfang von der Aufnahme. Oh, ich hab zwei Minuten. Bis zum nächsten Mal.